Die Menschen wirken wie paralysiert. Große Trauer in den Gesichtern. Manche können ihre Tränen nicht mehr zurückhalten, während hunderte von Kerzen leuchten zum Gedenken direkt neben dem Ort der schrecklichen Tat. Dass die 50 Jahre alte Blumenverkäuferin, die ganz viele kannten, nicht mehr da ist, getötet von einem bislang unbekannten Täter, das sorgt für Fassungslosigkeit und blanke Angst. Katastrophe, ne? Ja. Gibt es eigentlich nicht mehr hinzuzufügen, ne? Du denkst ja immer Lichtenfelsen, da passiert ja sowas nicht. Und jetzt aus nächster Nähe, mein Sohn kennt beide, die Frau, die ums Leben gekommen ist und den Mann. Und ja, es ist schlimm, ganz schlimm. Ich war auch vorhin im Rathaus, da sind viele bedenkliche Gesichter. Und ja, man muss halt sehen, wie sich das Verbrechen aufklären lässt. Eigentlich zieht sich jeder zurück, weil man nicht weiß, was los ist, was Sache ist. Und jeder hat eigentlich Angst. Wenn man unterwegs ist, sagt man, man geht zu zweit, weil man alleine nicht gehen will. So schaut's aus. Die 20.000-Einwohner-Stadt ist im Ausnahmezustand. Ein Zustand, den die Stadt bisher in ihrer jüngeren Geschichte noch nicht erlebt hat. Auch die Mitschüler der zwölf Jahre alten Tochter der Getöteten zeigen ihr Mitgefühl an einem weiteren Gedenkort. Bürgermeister Andreas Hügerich erkennt seine Stadt nicht wieder. Ja, es ist eine traurige Stimmung. So eine Schockstarre liegt über der Stadt. Man kann eigentlich sagen, man ist so, die Stadt ist am Freitag, am Samstag eigentlich aufgewacht in einem Albtraum. Und der jeden jetzt belastet. Und das merkst du natürlich auch in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und das, wie gesagt, das Thema einfach jedem zu Herzen geht und ganz extrem belastet. Meine Hoffnung ist, dass unsere Polizeibehörden bald diese schreckliche Tat auch aufklären können. Und ja, ich denke, was alle gleichermaßen betrifft, dass die Gedanken einfach bei der Familie sind. Das sind diejenigen, die einem so unendlich leid tun. Und die Gedanken sind einfach bei denen. Indes sucht die Polizei fieberhaft nach Beweisen, um den Täter darüber vielleicht identifizieren zu können. Dazu wird in ganz Lichtenfels das Unterste nach oben gekehrt. Im Fokus steht am Nachmittag das Brachgelände einer ehemaligen Fabrik an der Malachrei. Die Polizei hält sich weiter bedeckt, hat aber durchaus Verständnis für die Ängste der Bürger. Wir sehen das natürlich. Wir haben die Situation im Blick und verstehen, dass der Fall für Verunsicherung und für Aufregung in der Bevölkerung sorgt. Und zudem kursieren auch viele Falschmeldungen und Gerüchte, die das Ganze natürlich noch verstärken. Aus dem Grund haben wir die polizeiliche Präsenz in Lichtenfels auch verstärkt. Welches Motiv dahinter steckt? Ob es ein Raubüberfall, eine Beziehungstat oder es einen anderen Grund für die Tötung der Frau gab? Die Stimmung in Lichtenfels wird sich erst wieder beruhigen, wenn der Täter gefasst ist. Die Stimmung in Lichtenfels wird sich erst wieder beruhigen, wenn der Täter gefasst ist.